Platz 16 Stunden gezockt. Das macht richtig Laune, dass das so lang so viel Freude macht. Also die Freude an der Freude. Ladevorgang, der hat einen langen Lappen. Sie sah aus, bisschen als hätte er eine Wurst in der Gosche. So. Ich kann es ja doch nicht lassen. Ich will ja schon irgendwie hier alles weg haben. Das ist zwar wahrscheinlich totaler Käse, aber das ist mir egal. Ich finde das klasse, dass man hier alles... Achso, nee, weg du... Nee, dich will ich nicht. Ich hatte schon. Mit dir hatte ich schon das Vergnügen. Ich muss ja noch irgendwie diese Schlange... Ach, das ist... Die ist ja... Ah, okay. Ich dachte, die wäre nur so zerhackstückt, aber anscheinend ist die doch komplett hier. Oder auch nicht. Ich muss ja irgendwie an das... An das Juwel, Edelstein... Der Edelstein, das Juwel. Da muss ich ja irgendwie rankommen, ne? Und... Das geht vielleicht nur, wenn ich hier wirklich alles wegmache. Und das macht mir gar nichts. Ich habe ja da Spaß dran. Ich finde das sehr toll, hier alles wegzusaugen. Ich finde das super. Ich finde das toll. Ich finde das richtig toll, hier. Auch wenn es mir nichts bringt. Keine Ahnung. Geht's da irgendeinen Trick? Ich weiß nicht, wenn ich alles wegsauge und irgendeinen geheimen Schalter oder so finde... Ich hätte ja gedacht, dass die Schlange irgendwie zum Leben erweckt wird und dann, äh, ich dir ein bisschen auf die Schnute hauen muss, damit die das aus der Gosche da fallen ist, aber... Hm. Das ist wohl nur meine... Dusselige Fantasie, die sich so ein Käse ausdenkt. Hm. Das ist wohl die Schlange. Das ist wohl auch mal. Ich bin da, ich bin da, ich bin da rausgegege. Das ist wohl nie. Und das ist wohl auch nicht so ein Käse aus dem Lvey. Aber nicht so ein Käse ausdorf. Aber ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöne spitze Zähne. Ja, also eins fehlt noch. Also irgendwie müsste ich doch noch eins hier so finden, schätze ich. Ach so, da hinten in der Kiste. Aber wie komme ich denn ran? Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, das ist ja alles nur das, was ich vorher auch schon so... Das ist ja nichts Neues in dem Sinn. Kann ich irgendwas ansteuern damit? Gibt es? Gibt es irgendwas? Oh! Oh! Cool. Das finde ich schön. Ähm... Ähm... Ja, das war jetzt nicht so clever. Ja, das war... Ja, das war jetzt... Ja, das war jetzt. Ja, das war jetzt. Vielen Dank. Ich verteile das irgendwie nur. Vielen Dank. 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 Sieht schon mal gut aus, aber wer weiß, ob das funktioniert bis zur Wand. Ich glaube, an der Wand funktioniert es dann irgendwie nicht so. Oder mir kommt es nur so vor, es sieht ja schön aus, aber sobald es an der Wand ist, sieht es kleiner wieder aus. Ja, 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 ja. Das ist eine... Aber, ja, 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 Käse. Kein Kristall. Warte, warte, warte. Ich hab doch so... Ja. Ja, das muss man anscheinend für jeden einzelnen Raum kaufen und nicht auf Vorrat oder wie, weil ich weiß nämlich nicht, wo ich das Ding hatte. Also ich mach hier Juwelenfinder einmal. Kaufen. Hab ich eigentlich noch genügend Goldknochen? Weiß ich jetzt gar nicht. Vorrat. Shop Vorrat. Ja, ich hatte einen zu wenig, glaub ich, ne? So, wie ist es hier? Ach, da unten muss irgendwas sein. Okay. Also ich kann die Dinger zwar kaufen, aber nicht auf Vorrat und dann auch nur für die Ebene, in der ich mich grad befinde. Das ist dann halt ein bisschen unnötiger Verbrauch, wenn ich die versuche... Ich hab ja einen versucht, auf Vorrat zu kaufen. So, wie ist es hier nun? Da unten, wo war's angezeigt? Hier soll doch was sein. Okay. 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 Hier soll was sein. Aber wo? War das innen? Nee, war außen. Wurde außen angezeigt, aber irgendwie... Das hab ich ja schon benutzt, das Ding da, ne? Ja. Mich jetzt da reinfallen lassen, wäre jetzt auch nicht so clever. Achso, in der unteren Ebene müsste das dann sein, vielleicht. Okay, also doch reinfallen lassen. Brsch. Hier unten dann in der Ecke war das. Hier irgendwo. Hm. Das hab ich doch alles nochmal gemacht. Ja. Ach, das ist der Kristall, ne? Der verliert dann den Kristall, den ich ja sowieso schon hab. Ach, schon mal einer, guck. So, ja, das nutzt mich ja eigentlich nix. Hm. Hm. Kommt da nochmal die Kugel? Hm. Hm, 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 hm. Hier in der Ecke hätte es sein müssen, aber ist es nicht. Vielleicht. Ne? Habe ich irgendwas zum Einsaugen, zum Schießen? Die hab ich nicht. Gucken wir mal, wie wir da oben... Ja, das ist irgendwie Käse. Das hätte ich machen müssen, als das Sandzeugs hier alles drin war, hm. 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 Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Die ist dann wohl verloren, oder was? Das wäre aber jetzt Käse. Das wäre nicht schön, wenn das verloren wäre. Muss ich mich erkundigen. Muss ich nachlesen. Das wäre richtig Käse. Das wäre totaler Kauder. Das hatte ich vergessen. Ja, und da sind auch die ganzen Spender. Pfui. Weg. Bäh. broke. Weg. Nein. Weg. Weg. Naja, das stört mich jetzt noch ein bisschen, ehrlich gesagt, dass ich das eine Juwel nicht kriege. Also da ich jetzt hier ein bisschen rumgegammelt habe, werde ich jetzt aber noch ein bisschen mehr rumgammeln und zwar gehe ich nicht in die Elf, sondern in, also eins ist Lobby, ja klar. In die Gastronomie wollte ich hier, genau. Weil da hatte ich den Schleimkumpel, glaube ich, noch nicht. Also ich denke, dass ich, nee Blödsinn, den hatte ich, glaube ich, da schon. Ja, den hatte ich schon. Also vielleicht doch eher in die Lobby. Mal gucken, ob ich da irgendwo noch einen Wüpfung oder irgendeinen anderen Zugang finde. Ja, das ist immer hier oben. Lobby, da ist da eins tiefer. Das war das Billardzimmer. Nee, so auf der Karte wird eigentlich nichts angezeigt, wo ich nicht war, oder? Habe ich eigentlich alles abgegrast? Denke ich. Gehen wir mal in die Lobby. Denke schon, dass ich hier alles abgegrast habe. Ja, komme ich immer noch nicht ran. Keine Ahnung, wie ich da... Ja, komme ich nicht ran. Aber den Kumpel, den kann ich hier für was gebrauchen. Genau. Da war doch was. Da war doch einmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie komm ich da ran? Nee, wollte ich nicht. Ich wollte ein bisschen ein Stück zurück. Über die Garage vielleicht. Da ist ja so eine Art Schacht. Wenn ich den zu zweit daraus zerre, vielleicht? Möchelischerweise. Ja, ja. 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 Oben kann ich ja gar nicht reingucken. Tschüss. Moment, 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 Moment. Was ist das hier? Das sind Kita oder was ist das da? Komm ich da irgendwie weg? Erkenne ich nicht so wirklich, was das sein soll. Habe ich das jetzt? Ja, blau. Okay. Gut. Ich kann trotzdem mal die Karte angucken. So, ich bin ja im Schacht. Ah, da ist, nee, das ist kein Zugang zu irgendwo, irgendwas irgendwie. Aber hier ist doch auch noch sowas, oder? Ja. Ah, da kannst du. Ui, flutsch, flutsch, flutsch. Oh, komm. Ah. Cool. Wo komm ich denn da lang? Ah, gar nicht. Okay, doch wie. Ja, hier war ja noch, ähm... Kann der da irgendwo... Ja, fein. Ja, hier war ja noch. Aber, wenn wir... Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Keine Ahnung. Kellerjubilen komplett. Oh, ich hab was komplett. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Ich hab komplett. Schick. So, um. Ne, jetzt muss ich doch mal ins Labor holen. Wer es nicht im Kopf hat, hat es eine Beine. Und zwar will ich noch mal gucken, wo dieses Juwel sein soll. Ne, da hoch. Da hoch will ich gerade. Hm? Äh. Dafür hatte ich gekauft, zeigt es mir jetzt aber nicht an. Oder wie, oder hä? Einfach, hä? Zweiter? Hä? Zweiter? Hä? Hm. Mist. Mist, Mist, Mist. Irgendwie... ...ist das... Mist. 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 Was soll denn dieser Edelstein da, bitteschön, das ist? Hä? Okay. Also das ist in der Lobby irgendwie ein Edelstein, oder was? Das ist in der Wasseranlage ein Edelstein. Und hier ist natürlich leer, ist klar. Äh? Ich habe gar nicht auf B2 nachgefragt nach einem Edelstein, oder? Das... Sucht sich das jetzt das irgendwie wahllos aus, oder? Wie soll ich das verstehen? Äh, gut, ich gehe jetzt mal nach B2, würde ich sagen. Einfach jetzt nur mal, um diese Edelstein-Hinweise abzuchecken, zu prüfen. Sonst, äh, grübel ich da noch den ganzen Abend drüber, und das wird mir dann den entspannten Feierabend versauen. Also da hinten in der Wasseranlage müsste das sein. Ach, Göttchen, wie komme ich denn da hin, ohne dass der ganze Gruscht dann wieder anfängt mit den Haien und so? Da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Haie sind immer irgendwie... Uah! Obwohl, da unten ist Wasser, da sind nicht so viele Spinnen. Hat alles sein Für und Wiede. So. Hier. Ah. Nee. Äh, 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 äh? Nee? Was ist das denn jetzt hier für ein Käse? Das zieht gar nicht richtig. So, jetzt zieht's richtig. Ja. Hatte ich das schon mal offen? Kann ich da rein? Wieso kann ich da nicht rein? Achso, Moment, warte. Was ist da mit dem Gedöns hier? Kann der da reinlatschen? Ja. Äh. Okay. Irgendwie würde ich da oben hinkommen, oder? Da ist nämlich noch die... Die Kiste ist noch zu. Hm. Wo komme ich da oben irgendwie hin? Hm. Hm. Ja. Ja. P'h swamp. Ja. 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 Okay. Okay, das ist irgendwie nicht so. Ne, da war ich ja schon mal. Das hat alles nichts gebracht. Ich dachte jetzt, wenn ich da irgendwie drum rum, käme ich da auch hin. Aber... Aber da oben kommt ja ein Rohr. Und da ist auch ein Rohr. Ist das, finde ich, da oben aus diesem? Weiß nicht. Sehe ich es nicht wirklich? Kein Planung. Habe ich ja eigentlich alle schon ausprobiert, ne? Das kommt aber auch nicht aus dem anderen Raum, ne? Das wäre ja sehr eigenartig. Nee, das ist Quatsch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das weiß, was ich aus irgendeinem Raum bis dorthin geht. Glaube ich nicht. Ach, jetzt kriegen die Leute bestimmt Krämpfe am Bildschirm, ne? Kann ich absolut nachvollziehen. Was macht die Olle denn da? So, warum kann ich jetzt hier nicht durchlatschen, ne? Das wäre doch sehr sinnig, wenn das ginge. Mach da aber nicht. Ähm... Machen wir mal, obwohl... Da war doch auch eine Abteil, wo ich gar nicht rein konnte, weil da zu viel Wasser war. Und wenn ich jetzt da aber hingehe, dann müsste ja eigentlich das Wasser weg sein, oder? Achso, nee, warte, ich denke ich gar nicht noch. Wie komme ich denn da? Komme ich da in der Pop? Nee, komm... Nee, 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 nee. Das ist... Weiß ich jetzt gar nicht. Wie habe ich denn das gemacht? War hier überhaupt Zugang? Irgendwie war das... Ja, genau da. Komm ich da durch? Nee. Wo war das? Bööö! Wo kommst du denn auf den Meer her? Wo zum Geier kommst du her? M-Mennu. Ein paar Schnur auf. Was zum... Er hat das Schleppchen verlor. Kann ich aufsaugen? Naja, so ein bisschen. Mit dem hätte ich dann vielleicht versuchen sollen, das da zu zerteppern, oder wie, hä? Ah, klasse, ich höre was. Ich höre Münzen, an die ich nicht rankomme. Klasse. Hauptsache, hauptsache gelockt. Ach, wie war denn das? Irgendwo war doch hier... Irgendwo war ein Zugang. Ist das eigentlich richtig, dass das Zeugs hier ständig wieder aufkreuzt? Das ist also die Geister... Also die Geister... Ja, da ist ja auch Gold, wo ich ja nicht rankomme, ne? Ah, doch, jetzt... Vorhin habe ich nicht geheilt. Habe ich da oben vielleicht irgendwo noch Gitter? Ich weiß nicht, ob ich da dran war, in dem komischen Verkabuf da. Ja, da ist ja auch kein Gitter, wo ich durchschlüpfen kann als Glibber. Ah, da unten ist auch nichts, was irgendwie nach Knete aussieht. Hm. Da ist... Irgendwie ist da doch eine Truhe, oder? Wie komme ich da hinten hin? Gar nicht. Oder? Nee, das ist keine Truhe. Ah, ich weiß es nicht. Es sieht nach Truhe aus. Was was da ist? Hm. Doch nicht. Ich dachte. Vielleicht kriegt man später mal Bomben. Ich weiß es nicht. was da ist hast du. Ja, ich weiß es nicht. Wie ist das? Let me know. Oh, da ist ja überall Wasser. Er kann da nicht durchflutschen, weil da überall Wasser ist. Von oben reingehen auch nicht. Von hier kann man aber reingucken, oder? Hier ist auch überall Wasser, da geht es auch nicht, oder? Ne, wenn ich da entlang gehe, komme ich ins Wasser. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kein glassen Schimmer. Da gibt es irgendeinen Trick. Irgendeinen Trick. Der Trick will sich mir nicht verraten. Der will mich foppen. Der Trick will sich mir nicht erschließen. Nicht nett. Muss ich schlaue Google fragen? Aber das ist halt schlicht und ergreifend Weg versperrt, finde ich. Das ist halt so. Mauer. Mauer ist Mauer. Der Mauer darf hier nicht weg. Die muss aber weg. Mauern sind doof. In den Köpfen wie auch sonstige Mauern. Na gut, hier ist ja auch kein Raum, ne? Huch! Sag mal. Habt ihr keinem? Huch! Huch! Und der Poppes! Huch! Hier wird angezeigt, Edelstein. Hoh? Der hat er so schön da oben sich gesonnt. Komm schon, ja. Wie, das war doch ein gelber. Warum gab es da jetzt keine großartigen... Ja, und da oben ist halt so eine... Giste. Und ich will die haben. Haben. Haben will ich die. Ich will, 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 will. Wie komm ich da ran? Ich will da haben. Haben, 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 haben. Das sind die Läden. Konzertbereich. Ja, da hatte ich ja den, den Schlaubi schon bei mir. Soll ich jetzt wirklich noch die Elf anfangen? Ich muss jetzt ein Erfolgserlebnis haben. Das ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd gewesen. Ich finde das irgendwie uncool. Welt der Wur... Ja, komm, wir gehen ein bisschen staunen. Ach Gott, ich hab schon eine Stunde. Aber mal kurz stopp und dann für das nächste Video. Also zwei Stunden Spielzeit. Also zwei Stunden Spielzeit. Jihihah. So. Oh. Hölchenspieler. Flup, flup, flup. Wie, der lässt mir gar keine Zeit, oder was? Doch, lässt mir Zeit. Nein. Tschüss.